Verlassen Sie umgehend Ihre Häuser. Besorgen Sie sich, wenn möglich, schwimmfähige Gegenstände. Vermeiden Sie jegliche Art von Panik. Lassen Sie niemanden zurück. Jedes Leben zählt. Wir sind Menschen. Und wir sollten bis zum Schluss füreinander da sein. WDR 2018 Ich bin abjektivisiert. Waffen sind sicher und fertig gemacht zum Abschluss. Ich bin abjektivisiert.